Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video soll es darum gehen, warum es für deine Glückseligkeit unglaublich wichtig sein kann, dass du deine aktuelle Beziehung beendest. Für viele scheint das jetzt erstmal komplett paradox zu klingen, denn egal wo man hinhört, egal welches Buch man liest, welches Video man schaut, sinngemäß hört man immer, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, wir leben in einer Konsumgesellschaft, es wird an nichts mehr gearbeitet, es wird nichts mehr repariert, es wird alles weggeworfen und neu gekauft und so verhält es sich auch mit den Beziehungen. Egal was man liest, alles tendiert dahin, dass man unbedingt an seiner Beziehung festhalten soll, alles tendiert dahin, dass man unbedingt für die Liebe kämpfen soll und jetzt bist du hier auf YouTube unterwegs und bist auf irgendeinen Typen mit Bart gestoßen und der erzählt auf einmal nahezu das genaue Gegenteil. Ich kann an der Stelle verstehen, wenn du dazu geneigt bist, das Video zu beenden, ein anderes Video anzumachen oder dir die Frage stellst, was soll das Ganze, wie kommt er darauf? Genau darüber möchte ich mit dir an dieser Stelle sprechen, Denn es gibt ein Muster bei Menschen, ich will fast sagen im Allgemeinen, welches Goethe beschrieben hat mit Jeder will sein, aber keiner will werden. Es gibt sehr viele Bereiche im Leben und ich sage das für diejenigen, die mich länger verfolgen, alles andere als zum ersten Mal, in denen es sich genau so verhält. Die meisten Menschen wollen einen besseren Körper haben, die wenigsten wollen mehr dafür tun, die meisten Menschen wollen klüger werden, die wenigsten wollen mehr lesen, die meisten Menschen wollen ihre innere Mitte finden, ruhiger werden, gelassener werden, die wenigsten wollen mehr meditieren dafür, die meisten wollen mehr Geld verdienen, die wenigsten mehr arbeiten und so weiter. Ich denke, das Muster sollte an dieser Stelle klar sein. Das dahinterliegende Muster ist oftmals unter anderem, dass wir Menschen dazu neigen, denen das schnelle Glück zu wollen. Wir wollen die Dinge, die uns instant befriedigen. Wir wollen Schokolade essen und jetzt glücklich sein. Wir wollen Netflix anmachen und sofort Unterhaltung und Spannung haben. Egal was wir tun, wir wollen in der Regel sofortige Ergebnisse. Die Krux ist, dass bei ganz vielen Sachen im Leben und oftmals gerade bei den wichtigen, dazu zählt zum Beispiel Gesundheit, es sich genau umgekehrt verhält. Und zwar so, dass das schnelle Glück nicht unmittelbar nach dem Invest kommt, sondern erst mit einer oftmals nicht sehr kurzen, oftmals sogar längerfristigen Zeitverzögerung. Das heißt, wenn du vielleicht adipös bist, wenn du viel viscerales Fett hast, unbedingt abnehmen solltest vielleicht aus gesundheitlicher Sicht, dann ist das keine Sache wie bei der Gewichtszunahme, dass man denkt, ich habe Lust auf eine Pizza, isst eine Pizza, einem geht es besser. Dopamin etc. Oder man möchte Schokolade, isst Schokolade, einem geht es besser. Sondern es verhält sich leider so, dass man manchmal verzichtet, je nach der Diätform oder je nach der Ernährungsform, auf jeden Fall oftmals auf die Dinge verzichtet, die man sich vorher vielleicht etwas zu viel zugeführt hat. Und das tut erst mal so gesehen hormonell weh. Also das ist Stress für uns, das ist eine Umstellung, es ist ungewohnt, es ist Veränderung. All diese Veränderungen, beispielsweise jetzt hier im körperlichen Bereich, führt dazu, wenn wir diese Durststrecke durchstehen, bekommen wir am Ende die Belohnung. In dem Fall Gewichtsreduktion. Dasselbe aber jetzt aus ästhetischer Sicht beim Fitnessstudio. Es ist leider nicht so, ähnlich wie gesagt, wie beim Pornokonsum oder was weiß ich, dass wir irgendwas anmachen und sofort belohnt werden, wenn wir ins Fitnessstudio gehen. Es verhält sich viel eher so, dass wir durch eine Durststrecke gegebenenfalls durch müssen, um dann am Ende die Belohnung dafür zu bekommen, Ergebnisse oder körperliche Veränderungen in muskulärer Hinsicht. Wieso erzähle ich das und in was für einem Kontext steht das jetzt überhaupt mit dem Thema Beziehung und Liebe? Und vor allem, wieso sage ich, dass du deine Beziehung gegebenenfalls beenden sollst? Dieses Video hier ist alles andere als wissenschaftlich. Es mag gut sein und es wird mit Sicherheit Korrelationen geben zu einigen wissenschaftlichen Studien, die genau das nahe legen. Allerdings ist das in der Form, wie ich es hier jetzt äußere, eher eine subjektive Beobachtung meinerseits. Und zwar, eventuell wirst du es auch schon festgestellt haben, es verhält sich oft so, dass wir alle irgendwann eine erste Liebe haben. Und leider ist es nicht so, dass wir diese Personen heiraten und bis zum Lebensende glücklich sind und alles ist super, sondern oftmals ist es so, dass es irgendwann früher oder später zum Bruch kommt mit unserer ersten großen Liebe. Das heißt, früher oder später sind wir oftmals auf uns gestellt, wir sind oftmals Single, wir erleben und durchstehen oftmals eine Trennung. Was dann passiert ist, dass viele Menschen sich emotional blockieren, was verständlich ist. Die erste Trennung ist etwas, was unglaublich schmerzt und um diesen unglaublichen Schmerz der ersten Trennung zu vermeiden, denken sich viele, okay, ich mache zu, ich schütze mich, ich öffne mich nicht mehr emotional, ich öffne mein Herz nicht mehr, dann kann ich auch nicht verletzt werden. Und das ist korrekt. Muss man an dieser Stelle so sagen, auch das ist was, was die Literatur in großen Teilen so nicht sagen würde, weil es vielleicht nicht zielführend ist, aber bis zu dem Punkt ist das erstmal nicht blöd. Man hat A versucht, A tat weh, also geht man einen anderen Weg und öffnet sich nicht mehr so. Die Krux an der Sache ist, dass in dem Moment, wo man sich für die Liebe blockiert, wo man sich vor der Liebe verschließt, indem man sich emotional verschließt, gleichzeitig nicht nur vor dem Leid schützt, sondern vor all diesen positiven Aspekten von Liebe, emotionalen Öffnen, wahren Beziehungen gleichzeitig ebenfalls schützt. Das heißt, man läuft zwar vor dem Schmerz weg, mehr oder weniger erfolgreich, das führt langfristig aber zu mehr Schmerz, denn in dem Moment, wo man sich selbst nicht öffnet, wird man keine harmonischen, wertschätzenden, liebevollen, respektvollen, vertrauenswürdigen Beziehungen haben, die man sich eigentlich, und das ist das Problem oftmals an der Sache, so sehr wünscht. Der Grund dafür, warum ich dieses Video mache, ist, dass wir heute mannigfaltige Möglichkeiten haben bei der Partnersuche. Das heißt, es gibt Tinder, es gibt Lavu, es gibt sämtliche Dating-Apps und die werden auch zu großen Teilen genutzt. Das führt oftmals dazu, dass wir viele oberflächliche Kontakte haben, manchmal nur sexueller Natur, manchmal aber führt das auch dazu, dass wir von einer monogamen Beziehung in die nächste monogame Beziehung springen, ohne entsprechend genügend Pause zwischen diesen Beziehungen zu haben. Jetzt passiert Folgendes. Wenn wir, manchmal sogar seit der ersten großen Liebe, aber wenn wir von einer Beziehung in die andere springen, dann fehlt uns oftmals ein bestimmter Part im Leben. Und das ist, wir verlernen, die Fähigkeit zu entwickeln, alleine zu leben und vor allem uns alleine zu lieben. Das mag jetzt erstmal platt klingen, aber Osho, der spirituelle Lehrer, hat bereits gesagt, lieben zu können, heißt, alleine sein zu können. Und das mag jetzt auch erstmal paradox erscheinen und es mag im ersten Augenblick viele Widersprüche zu geben, aber ich bitte dich darum, prüf die Inhalte dieses Videos für dich selbst. Denn wenn du nicht alleine sein kannst, dann ist die komplette Basis, das komplette Fundament deiner zukünftigen Beziehung auf einem Fundament des Brauchens, des Wollens und des Abhängigseins. Die zukünftige Beziehung baut auf einer Basis der Bedürftigkeit. Du bist in einer Beziehung nicht zwangsläufig, weil du aus deiner vollen Kraft heraus cool bist mit dir selbst und deshalb dein cooles Leben teilen möchtest. Du bist in einer Beziehung als Folge davon, dass du nicht alleine sein kannst. Und diese Basis ist niemals eine solide Grundlage für die Beziehung, die du dir insgeheim wünschst. Eine Beziehung, die auf wahrer Liebe basiert und auf Geben basiert und auf einem Miteinander basiert. Denn die Basis der Beziehung, die du beginnst, wenn du eine Beziehung brauchst, weil du nicht alleine sein kannst, ist die Basis der Bedürftigkeit und der Abhängigkeit, wo du mit jemandem zusammenkommst, weil du nicht anders kannst, nicht weil du dein Gegenüber willst. Natürlich wird es auch da Korrelationen geben. Natürlich wirst du die Person mögen, mit der du zusammenkommst. Selbstverständlich. Aber solange du nicht cool bist mit dir selbst, wirst du in verschiedene Fallen tappen. Du wirst beispielsweise in die Falle tappen, dass du vielleicht mit der Person zusammenkommst, aber auf einmal Angst erlebst, die Person zu verlieren. Denn wenn du nicht glücklich bist ohne diese Person, dann wirst du Angst davor haben, die Person zu verlieren, weil du weißt, du verlierst dann auch dein Glück. Denn dein Glück ist abhängig von dieser Person. Und Angst ist in den meisten Fällen, so auch in diesem, kein guter Ratgeber. Im weiteren Sinne noch verhält es sich so, dass du nicht nur Angst hast, diese Person zu verlieren und deshalb vielleicht ein unsicheres Verhalten ausstrahlst, sondern du wirst vielleicht auch eifersüchtig sein. Eifersüchtig deshalb, weil du vielleicht Angst davor hast, dass wer anders in den Augen deines Partners mehr Wert haben könnte als du selbst. All diese Folgen sind die Folgen davon, dass du vielleicht zu schnell in die nächste Beziehung gesprungen bist, ohne vorher deine letzte Beziehung vernünftig durchlebt hast, Revue passiert lassen hast, ausgetrauert hast und eine Zeit für dich alleine hattest, wo du wieder lernst, alleine leben zu können und dich alleine lieben zu können. Das führt oftmals, nicht immer, aber vielleicht fühlst du dich davon angesprochen, zu einem Muster, in dem eine Beziehung nach der anderen folgt mit sehr wenig bis gar keinen Zeiten, wo du vielleicht mal ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr oder zwei alleine bist für dich und aus dieser Basis heraus dann in die nächste, höchstwahrscheinlich dann sehr gesunde Beziehung startest. Und das ist der Grund, warum der Titel dieses Videos lautet, dass du, wenn du wirklich glückselig sein willst, deine Beziehung gegebenenfalls beenden musst. Nicht leichtsinnig, nicht weil du denkst, ja komm hier, wir haben uns jetzt gestritten, weg damit. Das ist nicht der Punkt und ich denke, da bist du bei mir. Aber du solltest deine Beziehung beenden, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht das, was ich eigentlich suche, sondern, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selbst, Kompensation und Ablenkung, um nicht alleine sein zu müssen oder vielleicht, weil du nicht alleine sein kannst. Wenn dich die Inhalte dieses Videos angesprochen haben, du dich angesprochen gefühlt hast oder irgendwie das Gefühl hast, okay, da könnte was dran sein, denn schreib gerne mal hier unten in die Kommentare, was davon dich am meisten angesprochen hat und vielleicht sogar, über was du gerne mehr hören würdest. Das war es erstmal für dieses Video. Schön, dass du dabei warst bis hierhin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios.